Ey Leute, was geht? Ja, ich habe auch überlegt, ob ich heute nach dem Audio-Flick noch Elden Ring spielen soll, aber ich bin super müde. Ich weiß auch nicht, ich werde versuchen, in nächster Zeit auch mal häufiger mittags schon zu streamen. Es wird natürlich auch abends die Streams geben, aber ich will versuchen, ein bisschen früher ins Bett zu kommen. Also, das tut mir einfach nicht gut. Ich kann nicht immer so spät erst Schluss machen. Und ich brauche auch immer eine Zeit nach dem Stream tatsächlich, bis ich in der Lage bin, überhaupt zu pennen. Also, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das ist hier High Energy gerade. Und dann ist es halt so, dass, ja, keine Ahnung, ich mache einen Computer aus, ich kann da nicht mich sofort auf die Seite legen und pennen. Ich brauche meistens noch so zwei Stunden oder so, bis ich wirklich dann auch müde, also was heißt müde bin ich immer, aber bis ich dann so runtergekocht bin. Und man will ja dann auch irgendwie die E-Mails checken und die Nachrichten hier und da nochmal was lesen. Ein paar Nachrichten, was man halt so dann tagsüber und so nicht geschafft hat. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Äh, was? Habe ich jetzt die erste Hälfte verpasst? Oder wovon halte ich was? Die Axel. Der Axel. Wie sieht es aus mit Escape von Tarkov? Achso, nee, immer noch nicht dazukommen. Ihr wisst doch, ich habe doch seit zwei Monaten, habe ich doch quasi nichts anderes gezockt. Ich habe ein bisschen, als ich krank war und im Bett lag, habe ich auf dem Laptop dann da Vampire Survivors abgesuchtet, wie alle. Aber ansonsten bin ich nicht dazugekommen, groß andere Spiele zu testen. Ich habe Bock, es gibt echt viele Sachen, die ich mittlerweile gerne mal ausprobieren würde. Ähm, aber ja, da bin ich noch ein bisschen hinten dran. Community hat rumgemeckert wegen Escape von Tarkov? Okay, da war ich nicht dabei. Was mich wundert, weil normalerweise wird immer wegen mir gemeckert. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Knallhart, schön dich zu lesen. Ja, ich höre auch immer nur, wie kompliziert Tarkov sein soll, ne? Ich habe es selber aber wirklich auch noch gar nicht geschrieben. Aber ich finde es interessant. Ich habe natürlich schon ein paar Mal so Streams und so gesehen und fand es auch immer interessant. Hast du mal Lust, vom Schach wegzugehen und eher Begemmen zu spülen? Oh, ich habe früher sehr viel Begemmen gespült rundherrn. Vor allem mit meinem Vater. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders gut bin. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, da fehlt es mir dann noch genauso, wie ich es damals beim Schach gedacht habe. Ich habe beim Begemmen nie so ganz verstanden, wo der Skill ist. Ehrlich gesagt. Das soll nicht heißen, dass es da keinen gibt. Ich habe es nur nicht verstanden. Weil am Ende des Tages habe ich immer gedacht, das ist ja auch echt einfach so ein bisschen Würfelglück. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Wahrscheinlich können Profis dann da trotzdem aus der Wahrscheinlichkeit, ähnlich wie beim Pokern und so, noch das Maximum rausholen oder so. Aber Schach, muss ich sagen, bin ich richtig schlecht geworden, weil ich auch so wenig gespielt habe. Und es ist unglaublich, wie schnell man dann wieder auch an Boden verliert. Ich hatte ja eigentlich für das Jahr ausgegeben, das Ziel, eine Elo 1300 zu schaffen. Aber ich war schon bei 1260 und ich habe schon wieder 100 Elo verloren. Aber unter anderem auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich viel auf Tilt gespielt habe. Was? Du nimmst Tilt? Nein, Mann, ich habe einfach, ich verliere eine Partie und dann bin ich richtig sauer und dann gehe ich schon so rotzlöffelig in die zweite Partie und spiele irgendwelche Scheiße, ohne noch nachzudenken. Und einfach nur aus Frust. Und habe dadurch bestimmt 10, 15 Spiele hergeschenkt. Wären Retro Games im Stream eine Option, fragt hier Denoramo. Ja, natürlich, ich bin eigentlich, ich zocke eigentlich fast nur Retro Games. Ja, klar. Ich liebe ja eh den alten Scheiß. Und auch da gibt es echt noch, ach, da gibt es auch noch so viel, was man zocken könnte. Aber, ähm, erfahrungsgemäß kommt es bei mir besser an als bei den Zuschauern, muss man sagen. So die ganzen alten Sachen. Äh, gibt natürlich dann immer ein paar Liebhaber, die dann das auch freut und die das auch dann sagen und auch kommentieren oder liken oder so. Aber, äh, man sieht halt immer an den Zahlen recht schnell, dass, äh, dass es bei der großen Masse einfach nicht mehr so zieht. Was aber eigentlich egal ist. Ja, weil ich mach's ja jetzt nicht nur für irgendwie Leute da draußen. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich ja überhaupt nicht drauf gucken würde. Aber, ähm, klar, ey, ich hab Bock auf Retro-Scheiß. Es muss mir halt hauptsächlich Spaß machen erst mal. Altes Final Fantasy, ja, Final Fantasy 6 wollte ich ja nochmal durchzocken. Das Problem ist halt, es sind auch alles so ewige Spiele. Da zockt man dann lang dran. Aber ich, äh, ja. Ich werde auf jeden Fall irgendwas Altes anfangen und zu Ende bringen. Wenn Elden Ring durch ist. Ja, Metal Gear ja nicht. Vielleicht Metal Gear 2. Äh, Metal Gear 1 auf keinen Fall. Das ist Schrott. Ich hasse Metal Gear Solid 1. Das dümmste Spiel, was es gibt. Ich hab's, äh, hab ich mir damals für, glaub ich, 160, äh, damals Mark, die US-Version, äh, für die PlayStation 1 gekauft. Und natürlich komplett durchgezockt und fand's damals auch geil, weil's einfach Metal Gear Solid war und so. Und im Nachhinein hab ich gesagt, oh Gott, ist das ein Scheiß. Ey, come on. Metal Gear Solid 1. Ne, ne, ich lass mich auf die Diskussion nicht ein. Das Spiel hat so viele Flaws. Ich hab noch kein, ich hab noch kein Yakuza-Teil gespielt. Dairy Christmas. Hab ich auch schon überlegt, ob ich da nicht mal was verpasst hab. Mal so ein Yakuza-Teil. Aber ich bin dann gleich, man hat dann gleich so Schiss, wenn's von irgendeinem Spiel sechs Teile gibt. Und man hat nie einen gespielt, dann ist es immer schwer einzusteigen, find ich. Dragon's Dog mal hab ich probiert. Fand's ganz nice, aber es gab ein paar Sachen, die mich genervt haben. Zum einen musste man immer ewig weit laufen, weil's kaum irgendwie Fast Traveling gab oder so. Und du kommst in die Großstadt und dann sagt er, ja, die Quest ist aber wieder am Dorfanfang. Und der Höhle am Dorf und wo du gerade hergekommen bist. Und dann läufst du den ganzen Weg wieder zurück. Das hat mich schon abgenervt. Und so interessant dieses Summon-Feature war da mit diesen Mitstreitern. Der ganze Bildschirm war voll mit Text und die haben die ganze Zeit gelabert und gelabert. Und so nervige Dialoge gefühlt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber Dragon's Dogma ist so ein Spiel, da würd ich gern mal nochmal das Bluepoint oder so nochmal rangeht und das nochmal überarbeitet und remaket. Weil das Potenzial ist riesig. Auch geil, dass man dann so Monster Hunter-mäßig auf die Viecher drauf konnte und so. eine riesengroße Welt. Also tatsächlich hat Elden Ring auch viel von Monster Hunter, sag ich schon, von Dragon's Dogma, find ich. Ja, Knights of the Old Republic würd ich zocken. Aber da soll er nicht, kommt da nicht ein neues oder ein Remake oder so erst in ein paar Jahren? Da schreckt mich so diese alte Polygon-Grafik so ein bisschen ab. Das muss ich euch zeigen. Wo wir grad bei Trans sind. Ich weiß nicht, ob ihr gestern vielleicht meine Insta-Story gesehen habt. Da hab ich ja ein bisschen Gran Turismo gespielt. Alex war zu Besuch, beziehungsweise Alex hat Gran Turismo gespielt. Und dann haben wir gesehen, in der internen Rangliste haben wir Trant mit einer Zeit überholt. Und dann hab ich, also Alex hat den Rekord von Trant gebrochen auf einer Strecke. Trant hatte 17 Sekunden und 17,609. Und wir sind gefahren, also Alex ist gefahren, ich sag immer wir, weil ich saß daneben und hab angefeuert. 17,525. Auf Platz 3 sieht man Trant. Und oben Ed. Und dann hab ich dieses Foto kommentarlos, einfach gestern Abend um Viertel nach neun, hab ich dem Trant dieses Foto geschickt. Und um 21.33 Uhr kommt kommentarlos dieses Foto zurück. Ne Viertelstunde später kam dieses Foto ohne Kommentar von Trant einfach zurück. Und ich musste so lachen. Und dann hab ich zum Alex gesagt, Alex, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Und dann hat er es noch ein paar Mal versucht und dann mussten wir irgendwann aufgeben. Er hat gemeint, das ist unfassbar. Das ist, äh, schafft er einfach nicht. Ähm. Soviel zum Thema Trant. Also wenn er sich in was reinfuchst, dann richtig. Aber ich mochte einfach auch, dass da gar nichts an, also er kam nicht, oh, nicht schlecht, ach cool, ihr spielt auch Gran Turismo, irgend so was, nichts dergleichen. Sondern es kommt einfach nur als Antwort die neue Bestzeit. Innerhalb von 15 Minuten. Also, also entweder er saß auch gerade an der Playstation und hat Gran Turismo gezockt. Oder ich weiß nicht so, in meinem Kopf war ja gerade irgendwo Essen. Also, sieht dieses Foto, kriegt so, so eine Schweißperle, läuft ihm so langsam runter, er sieht so dieses Foto. Oh. Und dann sieht man so, wie er so durch die Stadt rennt, ans Patch springt. 17 Sekunden. 17,3. Spielt Trant mit Lenkrad? Ja, Trant spielt mit Lenkrad. Ich, ich feiere das, aber das ist halt, da kannst du einfach, ich verstehe, dass Trant sagt, er will Monster Hunter lieber alleine spielen. Das verstehe ich. Das ist mein Home-Gaming-Office, das kann man so sagen. Ja, das ist mein Büro und, ja, mein Zimmer im Prinzip. Kommt nächsten Sonntag auch ein Audio-Flick? Äh, weiß ich noch nicht. Ich entscheide sowas auch immer echt spontan. Ähm, aber ist denkbar, dass ich den Sonntag wieder, wieder zum Audio-Flick-Tag mache. Größte Vorfreude auf kommende Filme und Serien aktuell. Also Serie, tatsächlich, gebe ich gerne zu, bin ich ein bisschen heiß auf Obi-Wan. Trotz Boba Fett, muss man sagen. Ähm. Weil ich irgendwie da auch irgendwie gespannt bin, Ewan McGregor wieder in der Rolle zu sehen. Herr der Ringe-Serie reizt mich ehrlich gesagt nicht so. Also werde ich natürlich reingucken, aber eine neue Game of Thrones-Serie kommt ja auch. Aber da bin ich jetzt, also das sind alles so Sachen, wo ich sag, ja, guck ich, guck ich dann rein, so. Aber ich hab's ja auch neulich bei, ähm, neulich, gestern, bei Allesmögliche-Fights gesagt. Mir sind's, momentan ist es mir alles zu viel. Äh, zu viel Serien, zu viel Filme, zu viel alles. Ich hab ne richtige, ähm, ich bin Serien-satt. Was nicht stimmt, weil ich immer noch gerne Serien gucke, tatsächlich. Aber ich merk halt, wie ich durch Netflix, Disney Plus und Amazon und weiß ich nicht, Apple TV und wie sie alle heißen, Apple Plus, durch skippe und am Ende lande ich wieder bei alten Office- oder Friends-Folgen. Und das zeigt mir dann auch so, dass ich einfach, ich, weiß nicht, das ist ja, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Ich hab Serien-Burnout, das trifft's, glaub ich, ganz gut, ja. Ein Serien-Burnout, ich hab generell ein Burnout, aber das spiegelt sich dann auch bei, bei Serien wieder. Einfach von allem zu viel, zu viel Berieselung, zu viel Input. Ich weiß gar nicht, ob das nur an den Serien liegt. Es ist, glaub ich, auch Social Media, News, ähm, alles. Ich glaub halt, das ist, also, ich sag nicht, dass das allgemeingültig ist, ne, ich sag nicht, dass das für jeden so gilt. Für mich gilt das so, aber ich komm ja noch aus einer Zeit, wo das, äh, jetzt erzählt der Papa wieder von früher, aber wo das alles noch so, ja, nicht alles erhältlich war auf Knopfdruck. Und vielleicht ist es was anderes, wenn man damit aufwächst, aber für mich ist das alles immer noch teilweise overwhelming. So, Musik, ich hab jeden, jeden Song der Welt kann ich hören. Jeden Film der Welt, jede Serie, jedes Spiel, alles ist sofort da. Ja, die News, sobald einer irgendwo auf der Welt irgendwo hinkackt, krieg ich's direkt aufs Handy rein, in mein Hirn. Plus noch irgendwelchen Leuten, denen man followt oder so, ihre, den ganzen Scheiß aus deren Privatleben sozusagen. In irgendeiner irgendwo einen Kaffee im Urlaub trinkt, auch die Information erreicht mich. Wenn irgendjemand, irgendeinen Influencer nicht lustig findet, auch diese Information erreicht mich. Ähm, und am Ende ist das ja alles, das muss ja trotzdem alles hier in einen Kopf rein. Das muss ja trotzdem alles hier verarbeitet werden, irgendwie von, von meinen Synapsen. Ob das eine Serie ist, ob das ein Film ist, ob das ein Spiel ist, ob das Real Life ist, ob das Arbeit ist, es kommt hier alles so rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist, äh, bei mir ist voll. Ja, ich weiß, ich hab 30 Podcasts aufgezählt, die ich auch noch höre. Ich, das ist ja auch das Problem. Ich bin ja auch komplett süchtig. Also, ja, also keine Ahnung, mir geht das auf jeden Fall. Also mir ist es, mir ist es irgendwie alles zu viel. Aber gleichzeitig höre ich auch nicht auf. Ähm, gleichzeitig ballere ich mir das auch alles rein. Ja, und gucke überall rein und lese alles und mache alles. Das ist halt, ich komme auch nicht aus diesem Loop so richtig raus. Ähm, ein Stück weit ist es natürlich auch beruflich bedingt und ein Stück weit ist es auch einfach, äh, ja, Handy und Internet und Social Media und was weiß ich, Sucht. Ja, beklagt ist schon wieder ein echter alter Mann. Ja, ich bin ja auch schon ein echter alter Mann. Das ist halt auch noch so ein, so ein Punkt, das ist, äh, dass man das halt, ähm, auch langsam merkt. So, das geht auch tatsächlich, ich hab immer gedacht, so wie ihr jungen Menschen das alle denkt, ähm, hab ich natürlich genauso gedacht, dass die, ha, dieses Altwerden, das, das sind die anderen. Aber dann merkst du es halt, du merkst es halt, du merkst es halt an vielen, vielen Stellen, so merkst du einfach, ähm, wie das alles, äh, wie der Körper langsam sich verabschiedet. Ist es nicht so, ist es nicht so, dass wir mit unserer Geburt anfangen zu sterben und durch Sport und gesunde Ernährung versuchen, das möglichst zu strecken? Ich weiß genau, knallhart, wie alt ihr alle seid. Ich seh eure Namen, ich seh, was ihr schreibt, ich weiß genau, wie alt ihr seid. Ja, körperlich, ab 40 geht's körperlich bergab. Ja, nicht körperlich, würd ich mal sagen, ist noch so, kommt sehr drauf an, wie man gelebt hat und wie man lebt, ne? Weil es gibt, äh, ja, 40, 50-Jährige, die sind, äh, top fit und weiß ich nicht was. Und es gibt, äh, 30-Jährige, die hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also, das ist nicht nur eine Alterssache, aber ja, der Körper braucht, glaub ich, mehr Treatment, je älter er wird, um das gleiche Niveau zu halten. Wisst ihr, was ich mein? Also, mit 20 ist scheißegal, was du isst, was du tust, was du machst, du hast immer, du bist fit, du kannst, du läufst, du bist, so. So, mit 40 musst du, oder so musst du halt schon was dafür tun. Aber es ist auch einfach, ja, so, man ist, man wird gedanklich langsamer. Das, find ich, ist krass. Das selber an sich selber festzustellen, ist auf jeden Fall was, ähm, was mir so in den letzten Jahren so aufgefallen ist. Dass ich gedanklich langsamer geworden bin. Ich kann es auch nicht so gut erklären, es ist einfach so eine Beobachtung, dass man früher das Gefühl hatte, so, man, man kann schneller reden. Reagieren auf was auch immer. Und ich merke das natürlich auch bei meinem Beruf, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwo mit Leuten sitze und man sozusagen zünden muss, ähm, dass das, dass das einfach, dass man einfach, dass man einfach dick langsamer ist. Weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach wegen dem Overload oder so, keine Ahnung, auch das kannst du wahrscheinlich nicht, das ist halt das Ding, du findest wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem tibetanischen Kloser irgendeinen 43-Jährigen, ähm, der, äh, weiß ich nicht, Reflexe hat wie sonst was. Also, es ist immer natürlich auch eine Frage der Lebensweise. Meine Lebensweise ist natürlich auch ganz besonders scheiße. Ich mach, äh, diesen komischen Job hier seit 21 Jahren. Ähm, er ist natürlich auch völlig verrückt. Sehr, völlig verrückt. Wenn man sich das mal vor Augen führt. Einfach völlig, völlig, völlig durchgeknallt. Seit 21 Jahren rede ich in irgendein Gerät rein, obwohl keiner da ist. Also, ihr seid da, aber ihr seid nicht hier. Das ist doch schon, wenn, wenn Alien das sehen könnte, die Technik nicht ganz versteht, würde ich auch denken, mit wem labert der da eigentlich die ganze Zeit? Gibt's auch Vorteile oder wird alles immer schlechter? Vorteile vom Älterwerden? Och ja, doch, auf jeden Fall. Glaub ich schon. Man wird entspannter, wie man an mir jeden Tag sehen kann. Ähm, weiser. Also, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass man, ja, gelassener klingt vielleicht nicht hundertprozentig akkurat, aber so, dass einem mehr Dinge egal sind, einfach. Egaler sind, dass man irgendwie mehr durchwinkt. Glaub ich. Das kann man ja auch bei den Eltern oder so beobachten oder bei noch älteren Menschen. Da gab's diesen Joke von, äh, Jerry Seinfeld, der, äh, ähm, doch irgendwie gesagt hat, wenn, wenn Rentner rückwärts aus der, äh, rückwärts aus der Einfahrt rausfahren, sozusagen, wie reckless die sind, wie rücksichtslos nach dem Motto, I survived, let's see if you can. Ist jetzt nicht aus dem Kontext gerissen, aber das ist so ein bisschen so dieser Egoismus der Älteren, die so, die sich halt sagen, so, ja, ich hab überlebt, mir doch scheißegal. Ich bin alt, ich hab noch ein paar Jahre, fuck it. Ich glaub, diese, diese Attitüde kommt man halt, diese Attitüde kommt man halt, glaub ich, näher, weil man einfach gar keinen Bock mehr hat, sich so viel mit allem so auseinanderzusetzen und so viel, viel, man wird gleich, gleichgültig, ist vielleicht das Wort. Haut rein. Tschüss. Tschüss.